Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir ein bisschen Fall Guys im Hindernis-Parcours. Und go Leute. Oh der... Ah shit. Ich spiel das Spiel hier zum ersten Mal auf dem PC. Auf der PC hab ich schon mal gespielt, aber ihr spielst zum ersten Mal Leute. Okay. Okay, okay, okay. Go, 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 go. Leute, Leute, lasst mich durch. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Ah shit, nein. Ich will nicht runterfallen, Leute. Okay, 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 gut. Okay. Weiter, weiter, weiter. Wir sind gleich qualifiziert, Leute. Oh mein Gott. Yes, yes, yes. Komm schon, komm schon, komm schon. Spring, spring. Ja. Gerade noch so, Leute. Gerade noch so. Ah, wir haben sogar eine Errungenschaft. One small trip. Äh, greifen weiß ich nur noch nicht mehr, wie das ging auf dem PC. Muss nachher nochmal nachlesen, aber... Muss halt irgendwie nochmal gehen. Na, aber mir ist es eigentlich entspannter auf dem Controller. Ich dachte mir einfach so, ja, das Spiel ist eigentlich ganz okay. Ähm, auf der PS hier so. Und ja, das reicht mir auch. Und ich würde für das Spiel niemals Geld ausgeben, aber... Wo ich dann versucht habe, mit der Capture Card, mit der PS hier, dann sag ich mal, hier aufzunehmen. Und es hat nicht funktioniert, Leute. Dann dachte ich mir, mein Gott, gebe ich einmal 20 Euro aus und hole mir einfach das Game. Und es ist eigentlich auch ein guter Zeitvertreib und eigentlich auch ganz geil. Und wird ja auch sehr gehypt jetzt auf YouTube. Das Gefühl, jeder spielt es. Ach, scheiße, was müssen die denn nochmal machen? Achso, lass dich nicht verhexen. Okay. Ah, Digga. Was war greifen nochmal? Nein, nein, es ist soweit. Ah, das war greifen, okay. Ganz normal, linke Maustaste. Leute, Leute, ich verhexe euch. Ich kriege euch, ich sag's euch. Yes, oh mein Gott. Ich verhexe den Typ, Alter. Ich kriege noch einen von denen. Ey, 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 ey. Nein, Alter. Aber wir sind immer noch am Gewinnen. Ich brauche einen von den blauen, Leute. Da unten ist irgendjemand. Ah, komm schon, komm schon. Nein, Digga, das kann nicht wahr sein. Drei zu zwei. Oh mein Gott, wir können noch gewinnen. Nein. Bleib stehen, Digga. Bleib stehen, oh mein Gott. Einer. Nein. Es war so knapp, Leute. Es war so knapp. So, Leute, Neuesrunde. Neues Glück, sozusagen. Und zwar Hürden, äh, Türenlauf. Nicht Hürdenlauf, sorry. Türenlauf. Ähm, ja. Meine die falschen Türen und renne ins Ziel, Leute. Äh, werden wir das schaffen oder nicht? Aber ich denke schon, ich habe diesen Parcours schon öfters geschafft. Und auf der PS4 auf jeden Fall komme ich immer jetzt in jeder Durchrunde da durch. Und werde in jeder ersten Runde auf jeden Fall qualifiziert. Beim PC ist es natürlich noch nicht so. Ich habe es mir jetzt gerade eben vor gefühlt zehn Minuten gerade gekauft, Leute. Auf Ehre, damit ich es euch hier zeigen kann auf dem Kanal. Ach, shit. Oh, Troublemaker. Also wir machen hier ein bisschen Trouble und springen gegen andere Leute. Und haben somit einen Award bekommen. Bisschen Rennen hier, Leute. Bisschen Trouble machen. Oh, der Typ mit der Ananas. Wir ändern auch gleich mal unseren Skin noch mal ein bisschen um hier. Weil der sieht mir noch ein bisschen zu langweilig hier aus. Oh ja. Ja, ja, ja. Wir schaffen es, Leute. Wir schaffen es auf jeden Fall. Auf jeden. Und springen. Und springen. Yes, Leute. Oh. Das ging schnell. Das ging schnell. Aber qualifiziert. Wir sind qualifiziert. Warum heiße ich Fallguy1089? Auf der Playstation heißt man so, wie man auf der Playstation, sag ich mal, heißt sein. ID-Name. Aber was ich nicht checke, ist, ähm... Ja. Warum heißt man hier so komisch? Okay, wir sind qualifiziert. Die erste Runde war gut, aber leider waren wir dann in der zweiten Runde raus. Wegen diesem Teamspiel. Mal gucken, was jetzt kommt. Bin ich gespannt. In einem Jahr kriegen wir so Mitte Mai oder so April, kriegen wir neues WLAN, Leute. Also ich kriege neues WLAN, allgemein Internet rein. Und dann haben wir saved so eine 100.000 oder 300.000er, Leute, sogar. Digga, und dann kommen Streams für euch, Leute. Und dann werde ich hier voll geil streamen für euch. Und viele andere geile Spiele. Ah, das... Ach, nee. Lass dich nicht verhexen wieder. Ach du Scheiße. Habe ich keinen Bock darauf. Was? Wir sind sogar gerade am Verlieren. Leute, was ist los mit euch? Ja, geil. Yes. Ich habe ihn. Äh, weiter. 4 zu 7. Leute, kommt on. Was ist bei schief, Alter? Was läuft bei schief? Leute, komm on. Was läuft bei schief? Kommt schon. Ach, Leute. Die Teamspiele sind aber auch schlecht. Weil es sollte Solo-Runden geben, Leute. Wo man nicht immer aufs Team angewiesen ist. Ja, damit sind wir raus. Leider. Kriegen aber hier noch ein bisschen... XP dazu. Okay. Leute, ich würde sagen... Wir tun mal unseren Charakter. Ich kann nicht reden, Leute. Unseren Charakter hier mal ändern. Was gibt es denn hier so? Muster. Gesicht. Naja, das lassen wir so, wie es ist. Den Wolf hatte ich hier. Oh, nee. Ich finde das eigentlich ganz cool. So. Theatralik. Ach. 1, 2, 3 und 4 sind die Emotes. 1, 2, die Nummer 3, Edge und 4 ist... Ah, ja, okay, das. Prodeststurz. Ach so, ähm, ah, von was? Ah, okay, das kann man auch noch ändern. Ah, da könnte man genau die Farbe... Aber ich habe das eigentlich so gelassen. Und ich finde das eigentlich so ganz gut. So, Leute. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Runde. Bis gleich. So, Leute. Das ist die dritte und letzte Runde dann auch für euch. Auch wenn ich nicht weit gekommen bin hier, Leute. Ich wollte euch ein kleines Game-Clane bieten. Ich spiele das Spiel jetzt hier auch zum ersten Mal auf dem PC. Also, ich bin noch nicht wirklich gut. Oh, nein. Die wippen, Leute. Ich bin gefühlt da noch nie durchgekommen, Leute. Ihr müsst wissen, ich bin da echt schlecht. Äh, ups. Ja, wow. Ganz toll. So könnt ihr euch festhalten. Übrigens ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr nicht wollt, dass ihr runterfallt, macht diese Grifstechnik und dann fallt ihr nicht runter, sozusagen. Wenn ihr euch so festhaltet, diese Greif-Technik ist mir bei der PS4 aufgefallen. Hier, und schon fällt ihr nicht mehr runter. Ey, nein. Das kann nicht wahr sein, Leute. Nein, halt dich fest, Digga. Halt dich fest. Ja, und jetzt geht nach oben. Geht doch nach oben, Digga. Das Ding muss sich umdrehen. Ja, endlich. Dreht das Scheiß-Ding doch um, Alter. Mates. Beziehungsweise Feinde von mir. Nein, 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 nein. Leute. Merkt ihr, seht ihr, was ich meine, Digga. Also in mancher Hinsicht, in manchen, sag ich mal, Sichtweisen ist dieses Spiel der reinste Abfuck. Aber bei manchen Sachen macht's echt Spaß, Digga, aber... Oh mein Gott. Ja, ganz echt, Leute. Sowas fuckt ab mit den Wippen hier. Das ist der Abfuck. Dann sagen mir so Leute so, ja, du brauchst ein bisschen Scale. Guck dir doch die Anleitung an, Digga. Bei so, bei so, bei so'n, so, so'n Ding ist es echt nicht satisfying, Alter. Das ist echt unsatisfying, so'n Level. Nein! Ah. Also ich glaub, es wird nix mehr bei uns, ey. Können gefühlt schon aufgeben, Leute. Es kommen gleich alle ins Ziel und das war's dann, ja. Ja. Okay, wir kommen hier noch durch. Das ist gut. Aber ja, es ist gelaufen, Leute. Es ist gelaufen. Es ist gelaufen. Wir können aufhören. Ja. Das war's, Leute. Ach, komm, Leute. Eine, eine, eine Runde können wir noch für euch machen, Leute. Eine alles entscheidende letzte Runde machen wir für euch noch. Und das war's. Ich hoffe, wir kommen da dann durch. Ich hoffe, wir kommen da dann durch. So, Leute. Die nächste Runde, die wippen. Schon wieder. Lilly. Na dann. Was soll's. Ach so, kann man die Namen anzeigen lassen. Ach, mit Tab. Ah, den Namen anzeigen lassen. Das gefühlt so nervig. Es ist hier sogar auf dem PC noch nerviger als auf der PS4. Auf der PS4 geht das mit dem Namen anzeigen sogar noch. Aber. Ey, 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 ey. Nein. Digga. Was machen die aber auch mit den Wippen, Leute? Da, wie soll man hier durchkommen? Da will mir einer sagen, so, oh, das Spiel ist geil. Digga, das Spiel ist... Also, das ist echt scheiße, Digga. Da, da haben sich die... Äh, da, da, Digga. Bei den Entwicklern war da auch ein... Ein Mindblowing, Alter. Bei denen. Bei den Wippen, Digga, hat das Hirn von denen eigentlich irgendwie komplett ausgesetzt, Alter. Oh, Digga. Ja, ey, wie soll... Wie soll... Sagt mir mal, bitte. Wie soll man sowas schaffen, Digga? Die ganze Zeit von diesen Dreckfiguren, Alter. Und dann fallen sie alle runter, wenn diese... 59 anderen... Hundesöhne geführt, Digga. Hier so einen Scheiß abliefern müssen, ey. Ey. Ey, Leute. Also, also ein bisschen fuckt mich das Game ab, Digga. Es ist okay, Digga, aber es fuckt mich immer ab, dass man gefühlt nach der dritten Runde schon raus ist. Und das hat nichts mit Scale zu tun, Digga. Es liegt auch immer darauf an, wie die anderen Leute gerade spielen. Vor allem hier mit den Rippen. Und wir können es gefühlt hier wieder vergessen. Weil wir nicht durchkommen, Leute. Alter. Ja, vor allem, man kann sich nicht... Ja, Digga, schau. Ich bin nicht der Einzige, dem es hier so geht. Man kommt hier einfach nicht durch. Höh, 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 Digga. Höh, höh. Skipp den gleichen Höh. Höh, höh. Digga, halt dich doch halt fest. Dann halt dich doch halt fest, Digga. Ja. Unverdient, Leute. Aber, mein Gott. Es ist jetzt eine gute 20 Minuten Runde geworden. Ganz entspannt, Digga. Ich würde sagen, Leute. Das war's mit Fall Guys. Wenn ihr aber einen weiteren Teil sehen wollt, Leute. Lasst ein Like da und ein Abo. Und bis zum nächsten Video. Ciao.